Moin ihr Lieben, nur mal eben ganz kurz SDR UNO, ich muss es hier mal wieder leise machen, wollte ich euch noch mal vorstellen und wie ich es betreibe, ich kriege hier wirklich viele Sender rein, ich kann euch das jetzt so schnell leider nicht zeigen, aber ihr seht das hier an diesen laufenden Bändern, da sind zum Teil Sender dabei, richtig schön starker hier und das Ganze mit nur einen ganz normalen ganz dünnen Draht, den habe ich hier, das zeige ich euch jetzt nicht ganz, aber hier ist so ein Bilderrahmen, der ist so 30x60, da habe ich das drum gewickelt, ganz einfach, sieht man fast gar nicht, bisschen mit Tesafilm oben drauf gepappt und schon läuft die ganze Sache und ich brauche nicht immer lästige Antennen aufbauen und nichts, sondern ich habe das live hier, kann da immer ran und habe wirklich einen sehr guten Empfang auf allen Kanälen, ciao, tschüss.